Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2021. Heute geht es weiter mit der Tour of Slovenia, jetzt mit der Etappe Nummer 3. Das Profil ist heute, hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, ein bisschen bergiger. Wir haben hier zwei Anstiege der vierten, einen Anstieg der dritten und einen Anstieg der zweiten Kategorie und am Ende eine längere Abfahrt bis ins Ziel. Ich werde versuchen, hier mit Matej Mohoric ganz vorne zu landen. Kleiner Hinweis in eigener Sache, um meinen Kanal zu unterstützen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, sofern ihr das noch nicht gemacht habt und auch gerne immer ein Like und einen Kommentar da lasst. Das würde mir wirklich helfen. Ich bin auch immer gerne für euer Feedback offen, sei es konstruktive Kritik, was ihr euch wünschen würdet, was ich in Zukunft anders machen soll oder auch generell einfach ein angenehmer Austausch über die Videos oder über den Radsport im Allgemeinen. Da bin ich auf jeden Fall immer gerne bereit, Rede und Antwort zu stehen. Hier zeigt PCM mal wieder, dass es ein sehr realistisches Spiel ist, denn wie auch so oft in echt. Zuletzt einige Male beim Giro ist hier nämlich bei der Tour auf Slowenia der Schweizer Simon Pelot auch wieder in der Ausreißergruppe vertreten. Zudem auch Sana, der schon auf der letzten Etappe bei mir hier Ausreißer war. Dann ist hier noch Christensen, ein Nachzügler, der es aber wohl nicht mehr schaffen wird, da hinzukommen. Und ja, drei Minuten dahinter ist dann das Peloton, wo ich gerade ganz gemütlich so ein bisschen das Feld kontrolliere mit meinen Leuten. Richtig interessant geht es hier auf der Etappe erst im letzten Drittel. Mohoric hat, wie wir hier sehen, eine sehr gute Tagesform, plus zwei. Auch die sekundären Werte sehen super aus, also da rechne ich mir schon gute Chancen aus, mit Mohoric am Ende zu gewinnen. Der letzte Anstieg ist zwar schon unten gleich zu Beginn sehr steil, aber mit 5,4 Kilometer nicht ganz so lang. Ich hoffe mal, auch wenn ich keine besonders guten Bergfahrer dabei habe, dass ich es schaffe, mit Mohoric da an Pogacar dran zu bleiben. Das Profil wird jetzt langsam etwas welliger. Es sind noch 57 Kilometer bis ins Ziel. Den Abstand zu den Ausreißern konnte ich hier mit Milan schon halbieren. Die waren zwischenzeitlich mal vier Minuten vorne. Jetzt sind es nur noch knapp zwei. UAE hat hier jetzt übernommen. Pogacar und Hirschi haben die auch noch mit dabei. Da haben die sicherlich hier am Ende einiges vor, um auch die Etappe zu gewinnen. Oder zumindest es zu versuchen. Bei der Überfahrt der dritten Bergwertung wurden jetzt gerade die Ausreißer wieder eingeholt. Es geht direkt rein in die Abfahrt und nach der Abfahrt steht dann als letztes Hindernis noch die letzte Steigung des Tages hier auf dem Programm. 5,4 Kilometer durchschnittlich 8,7 Prozent. Maximal 14,6. Also nicht zu unterschätzen. Bin mal gespannt, wie das gefahren wird. Was taktisch für mich jetzt auch am besten wäre. Aktuell ist das Peloton jetzt noch dicht beisammen. Ich weiß gar nicht, ob UAE da gleich eine Attacke starten wird mit Pogacar. Oder auch mit Hirschi. Die fuhren eben immer sehr weit vorne rum. Oder ob ich da selber mal die Initiative ergreifen will. Da schaue ich mal, wie sich das gleich gestaltet. Ich habe jetzt hier die Tempoarbeit einmal mit Inkela übernommen von meinen Fahrern. Meine Sprinter können hier jetzt mal einfach gemächlich weiterfahren. Das ist nicht relevant. Ich glaube, das wird sich jetzt hier noch in die Länge ziehen. Nicht, dass es hier jetzt doch noch einen Massensprint gibt und ich das einfach schon gedanklich komplett abgehakt habe. Also bislang ist hier noch nicht so viel Zug auf der Pedale. Da sind auch noch keine großen Lücken entstanden. Meine Leute hinten sind schon weit weg. Ah, jetzt kristallisiert sich doch raus, dass Inkela deutlich stärker ist heute als Trattnik. Ich nehme gleich nochmal diese eine Steigung mit, bevor es bergrunter geht. 22 Mann sind wir hier vorne noch. Und dann werde ich alles dran setzen, dass ich mit Mohoric alleine eine Lücke reiße. Das werde ich einfach mal riskieren. So, jetzt nochmal eine kurze Steigung. Trattnik übernimmt hier nochmal mit 99. Jishi kommt jetzt auch hier nach vorne. Ja, ich glaube fast, ich versuche es einfach mal. Ich glaube fast, die Abfahrt ist gar nicht steil genug. Hier gibt es jetzt noch wieder eine kleine Gegenwelle. Und ich gehe einfach mal mit Mohoric hier aufs Ganze. Nee, das ist zu flach. 3 Prozent. Da kriege ich keine Lücke gerissen. Das kann ich wieder abbrechen. Dann werde ich mich auf einen Sprint mit Mohoric aus der Gruppe hier konzentrieren. Hier gibt es jetzt doch welche, die in der Abfahrt noch attackieren. Inkela ist wahrscheinlich auch nicht der Beste, um das Loch jetzt wieder zuzufahren. Es sind nur noch zwei Kilometer bergab. Das habe ich gar nicht so recht mitbekommen. Jetzt bin ich ein bisschen im Hintertreffen hier mit Mohoric. Fahr den Sprint an mit Trattnik. Mohoric kommt nochmal ran. Hier gibt es jetzt eine kleine Kurve. Ja, Hirschi gewinnt. Das lief alles andere als gut. Ich lande zwar mit Mohoric vor Pogacar, aber das ist UAE wahrscheinlich auch relativ egal. Da die natürlich mit Mark Hirschi, die hier die Etappe gewonnen haben. Ich hoffe, auf der nächsten Etappe läuft das besser in der Abfahrt. Die ist, glaube ich, etwas steiler und sonst werde ich da einfach angreifen mit ihm. Immerhin gab es jetzt keine Zeitabstände. Da war es zwar ein kleines Loch, aber das ist ja bei PCM zum Teil ein bisschen random, was das anbelangt. Jetzt hatte ich hier Glück, dass ich mit Mohoric genau die gleiche Zeit habe wie Hirschi. Da Heinrich Hausler eben natürlich Zeit kassiert hat, hat jetzt Matej Mohoric auch das Lieder-Trikot, das Grüne, übernommen. Vorher hatte ich da Hausler vorne, jetzt Mohoric. Das ist ja eigentlich auch der Plan gewesen. Ich hoffe jedoch, dass ich das hier bei dem Kategorie 1 Anstieg über 9,1 Kilometer am Ende auch verteidigen kann gegen Pogacar. Wenn so gefahren wird wie beim letzten Mal, wahrscheinlich schon berghoch. Hier kann ich mir aber schon vorstellen, dass da auch die Bergfahrer nachher mal attackieren. Leute, ist es das passiert, was wir alle kennen. Und zwar Mohoric ist leider gestürzt. Und ich habe jetzt die halbe Etappe versucht, ihn wieder heranzufahren. Das war kein Verlust, das nicht zu zeigen, denn das war einfach nur traurig. Leider habe ich hier mit Bahrain das Team genommen, was auch in echt startet. Wenn ich jetzt nur nach Derken gegangen wäre, hätte ich mich natürlich hier über den Caruso, Bilbao und Co. gefreut. Hier waren die Helfer leider nicht so viel zu gebrauchen. Und ich habe es bislang nicht geschafft, den Anschluss wieder herzustellen. Jetzt sieht es so ein bisschen aus wie Mohoric, Landsmann, Primoz Roglic dies Jahr bei der Rundfahrt Paris-Nizza. Er ist der letzte Verbleibende, hat keinen Helfer mehr und versucht hier jetzt alles, um wieder nach vorne zu fahren. Und am Ende klappt es sicherlich nicht. Und selbst wenn Mohoric hier wieder reinkommt, habe ich auch keine Chance nachher gegen Pogacar und Hieschi. Ja, schade. Aber was soll man machen? Es war wieder so beschissen. Nachdem ich gestürzt bin, der Rückstand war eigentlich noch gar nicht so groß. Aber dann hat das Hauptfeld mächtig Tempo gebolzt, sicherlich weil ich hinten war. Und hier sehen wir, da vorne Astana fährt hier jetzt. Sieht gar nicht mal so schnell aus. Ich bin aber immer noch so weit zurück, das wird nichts mehr werden mit Mohoric leider. Ich kann mich nur darauf konzentrieren. Die nächste Etappe, würde ich mal sagen, mit ihm oder irgendwem anders zu gewinnen. Mehr kann ich da auch nicht machen jetzt. Ja, Mohoric wird hier jetzt ziemlich durchgereicht. Da können wir auch wirklich nichts mehr ausrichten auf der Etappe. Im Prinzip kann ich mit ihm jetzt hier auch langsam ins Ziel rollen und alles für die letzte Etappe dann aufsparen. Unterdessen ist hier jetzt die Elite-Gruppe über den letzten Anstieg gegangen. Zweimal UAE, dreimal Astana, Pogacar, Hirschi, Kugelsang, Vlasov und Isagire. Vermutlich hätte ich da mit Mohoric eh keine Chance gehabt zu folgen. Aber es wäre auf jeden Fall natürlich deutlich knapper geworden. Und ich hätte es gerne versucht. Wir schauen uns hier mal jetzt das Etappenfinale an, auch wenn wir nicht mehr dabei sind. Sprint, Vlasov vs. Hirschi. Pogacar kommt hier auch noch. Doppelsieg für UAE, so wie es aussieht. Hirschi gewinnt vor Pogacar. Astana geschlagen dahinter. Und ja, einige Minuten später dann Matej Mohoric. Und es kam ja jetzt auch nicht mehr darauf an, wie viel Zeit Mohoric kassiert. Der wird hier nochmal von Trentin übersprintet. Als wenn er einem nochmal zusätzlich irgendwie einen Tritt geben will. Äh, ich weiß gar nicht wie viel es jetzt war. Elf Minuten. Ist nicht der Rede wert. Abhaken und die letzte Etappe noch gewinnen. Im Gesamtplacement sieht es jetzt genauso aus, wie auf der Etappe eben. Zweimal UAE, dreimal Astana. Hier schießt gerade vorne. Das wird er wahrscheinlich auch behalten. Von mir ist weit und breit keiner in Sicht. Mohoric hat hier leider, ja, knapp elf Minuten kassiert und ist 45. Morgen sieht die Etappe dann folgendermaßen aus. Da ist es deutlich flacher, aber mit Kopfsteinpflaster versehen. Mehr als da nochmal auf Etappensieg zu gehen mit Mohoric oder Hausler kann ich dann auch nicht machen. Ich hoffe, da kann ich dann ein erfreulicheres Ergebnis präsentieren. Tut mir leid, dass diese Etappe jetzt leider so enttäuschend gelaufen ist. Ich hätte mir das auch gerne anders gewünscht. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt, Mr. Luke zockt Pro Cycling Manager 2021. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.